Voll scheiße Nein Bist du runtergefallen? Nein, bist du ganz tot? Nein, ich leb noch Oh Gott, ich seh dich Ah, da kommt einer! Nein! Heyo Leute und herzlich willkommen zu Survival Games mit Daros Ja, hallo Warte, da steht er ja, hallo, hallo Jetzt haben wir zwei Begrüßungen bei mir Ist doch egal Okay, so, aber ich wollte nochmal gucken Video Settings Unlimited, ist okay, ich mach mal hier auf 8 Weil es gerade irgendwie ein bisschen geleckt hat Wieso leckt der so ein bisschen bei mir? Keine Ahnung Komisch, komisch Schlecht der PC vielleicht? Nee, der PC ist das nicht Kann das nicht sein Und ich bin mal wieder im Facebook drin Das werden wir die ganzen Leute kritisieren Warum? Weil wir die Nachrichten kriegen Ja, das ist doof Es geht gleich los, laufen wir Mitte oder direkt nach hinten? Sag! Nach hinten! Nach hinten! Okay Und, wie geht's dir sowas, die? Was hast du heute so gemacht? Wunderbar, gechillt, mein Leben Du bist irgendwie ein bisschen leise Keine Ahnung, wieso Nein, ich bin nicht leise Bei mir schon ein bisschen, aber man hört dich gut Verdammt man, verdammt man Wo ist eine Kiste? Ich möchte eine Kiste haben Hier ist bestimmt irgendwo eine Ich rieche hier eine Da ist einer Und? 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 Nur Kettenhose Na super Scheiße, da ist einer Hat der was? Der hat nichts, der hat nichts Der hat nichts Wollen wir den kaputt boxen? Ja, wir müssen hier Ah ne, warte, hoch Warte, hier ist noch eine Kiste Holzschwert Nur eins? Ja Okay, ich gucke hier nochmal in der Etage ein bisschen weiter Ja, da oben gibt's doch eine Probe Drei Kisten, aber ohne irgendeinen Inhalt Warte, hier oben gibt's bestimmt auch Ja, ich gucke hier noch ein bisschen Hast du gerade irgendeine Tür aufgemacht? Ja, ja, ja Okay, gut Okay, gut, gut, gut Goldhose für dich Kommt hoch In oben Ähm, weißt du eigentlich Wie viel FPS Mit wie viel FPS nimmst du gerade auf? Also bei mir wird gerade bei DxTory unten 60 angezeigt Ja, bei mir nämlich auch Irgendwie war das früher immer höher Und jetzt ist es nur noch so niedrig Nicht runterfallen Da unten ist jemand Ja, ja, warte mal Ah ne, wir müssen in die Richtung Das ist aber, glaube ich, die Map Ach, die Map habe ich schon noch nie gespielt, aber schon voll oft bei YouTubern gesehen Ja, welchen Map ist das? Ähm, die Survival Games 7 Von? Vareide? Ja, von Team Vareide Team Vareide Hier ne Kettenhose für dich Ich brauch ne Waffe Ja, ich brauch Keine Hose Warte mal, hier gibt's sonst nichts Dann lass Hast du die runtergeworfen? Nein Wie denn? Komm, ich hab sie noch Okay, gut Weil du gesagt hast, du brauchst sie nicht Ja, egal Egal, egal So Gehen wir hin Hier ist ne Chest Nichts drin Da unten ist auch ne Chest Auf dem Schiff Ja, da war aber grad schon jemand dran Ja, sicher? Ja Der hat leider mit dem Schwert Wo ich gesagt hab Achso, stimmt Ja, logisch Oh mein Gott, ich hab Angst Ja, vor der Heike und so Uiuiui Juhu Alter Alter, alter, alter Na toll Hier kommt man nicht weiter Boah Alter, die sind voll scheiße Nein Bist du runtergefallen? Nein Bist du ganz tot? Nein Ich leb noch Oh Gott Oh Gott, ich seh dich Ah, da kommt einer Nein Nein Lauf, lauf einfach Lauf, 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 lauf Er ist noch hinter dir Scheiße Lauf einfach Lauf bitte Bitte lauf Bitte nicht sterben Komm runter Ich guck, dass ich ein Schwert oder sowas bekomme Ah, du bist ein Penner Komm runter, bitte Ja, ich beeil mich Oh nein 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 Ich hab ein Schwert Ja, gut Ich renne um das Haus noch rum Komm runter Ich komme so schnell wie möglich Komm runter Bin dabei Bin dabei, bin dabei Ich renne gerade das Treppenhaus runter Ich staube das Treppenhaus runter Nein Ah, der ist nicht mehr hinter mir Doch Ich stürme das Treppenhaus runter Ah, da bist du Da bist du Da bist du Das sind zwei Ich brauch essen Scheiße Ja, bitte Ich lebe noch Ich lebe noch Ich lebe noch Ich lebe noch, Larus Ich lebe noch Was I am alive Alive, alive Alive, alive Das geht doch nicht Bam Ja, ich hab einen runtergeschuckt Ich hab den einen runtergeschuckt Mit dem Eisenschwer Scheiße Ich bin tot Okay, ich auch Naja, egal Die Folge Lade ich trotzdem hoch Ich nicht Pause Hey Hallo Leute Und herzlich willkommen Zu Hier Zu Rival Games Mit Daros Wo steht er da hinten Hallo Wo bist du Ich seh dich nicht Ach, da hinten, gut Rennen wir in die Mitte oder nicht Also ich werd's versuchen In der Mitte Ich werd's auch versuchen So richtig Yolo Molo Action Mhm Mhm Also einfach rein in der Mitte Und dann wieder raus Von der Mitte Und dann wieder rein In der Mitte Hast du die Map hier schon mal gespielt? Nope Also die hat auch diese Effekte Wie im Film Dass es Mobs gibt Die spawnen Blutregen Und diese ganze Zeit Ich kenn den Film noch gar nicht Was? Ich hab ihn noch nicht geguckt Was? Ich werd ihn noch gucken Ja, dann wird's aber mal Zeit hier Also ein paar Sachen Weiß ich halt schon Die da passieren Weil man die halt hört Aber Selber geguckt Nö Nö Aber das mach ich noch Auf jeden Fall Ho 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 Und es geht Los Ich bin auf so'n Ding Gans Wow Ich hab Eisen Warte mal Ich hab'n Diamanten Und Stöcke Aua Ist die Explosion immer da? Nee, ich bin irgendwo hingerannt Irgendwo reingerannt Ich werd hier einfach mal Durch den Wald sprinten Wie so'n Örer Einfach mal durch den Wald jumpen Wow Jawohl, hab den Essen gekillt Okay, gut Ich dachte schon, du bist gestorben Ich hab First Blood Kann es sein? Nee Äh, keine Ahnung Hab ich nicht drauf geachtet Ich muss erst mal irgendwie gucken Ich hab'n Steinschwert Und'n Holzschwert Und ich bin jetzt am äußersten Rand damit Ich hab'n Goldschwert Muss auch so Ich hab schon was Zum Verteidigen Zum auf die Schnauze zu hauen Ist der Rand einfach nur, äh Diese Mauer? Ja Ah, hi Ach Bleib hier Hier ist aber jemand Echt? Ja, hinter dir, hinter dir Oh, fuck Helf mir doch Oh, du bist ein Mongo Ich war dabei, dir zu helfen Du bist so ein Fisch Hinter dir ist er Wo ist der Typ? Alter Er leckt Er leckt Ey, nee Der ist tot Alter Ich spektate dich jetzt Okay, du spektate dich Ohne Witz Achtung, hinter dir ist einer Und du machst nichts Ich hab'n was gemacht Aber der hat geleckt Sieht man bei mir aber auch Ja Und ist noch jemand Den werd ich dann mal umhauen Wieso bist du gestorben? Ich wollte das nicht Ich wollte nicht, dass du stirbst Okay, mein Partner ist gestorben Jetzt muss die Survivor Games hier Alleine bestehen Wieso bleiben die alle so hängen? Es leckt Das meinte ich nämlich Und ich bin tot? LOL Wie bin ich tot? Alter Das ist ja behindert Wieso immer wenn ich aufnehmen will Passiert so ein Müll Immer Sonst nie Alter Das stresst mich grad richtig Das stresst mich Ich hab'n Bock mehr Bis dann Das macht mich kaputt Tschüss Das macht mich kaputt Tschüss Ich hab'n einfach keinen Bock mehr Nee Ich lade das auf jeden Fall hoch Alter Nein Doch Behinderst Ja hochladen kannst du das Aber Immer wenn ich aufnehmen möchte Wenn ich aufnehmen muss Wenn ich Bock hab Dann passiert so ein Müll Weiß ich hätte Ich hätte ihn locker besiegt Das war ein Bob Und Bis dann Tschau Tschüss Tschüss